Guten Morgen Leute, heute gibt es wieder unser Wochenupdate beziehungsweise kurze Wochenübersicht. Unser Audi ist wieder da, sprich der Golf 7 GTI von letzter Woche mit dem KW V3 ist abgeholt worden. Der Kunde hat dann zum Wochenende noch gebraucht, hat es Donnerstag Nachmittag bei uns abgeholt und wie schon erwähnt, Fahrwerk soweit okay, aber Achsgeometrie und alles war jetzt nicht so prall. Der Kunde, naja, sage ich jetzt mal Semi, ist ja jetzt im Endeffekt auch egal, Auto ist erstmal weg. Wir haben dann Freitag, Samstag nochmal mit Chris gesprochen und der Golf 7 wird auch eine Woche oder zwei Wochen nach Ostern nochmal zu uns kommen. Und wir werden dann auch entsprechend die Domlager Vorderachse noch einbauen, werden nochmal eine ordentliche Achsvermessung machen, werden nochmal gucken, wo wir mit den Domlagern dann an der Vorderachse mit den Sturzwerten hinkommen. Dass wir, wie gesagt, da wirklich auch ein vernünftiges Auto, beziehungsweise ein vernünftiges Auto ist es, eine vernünftige Achsgeometrie hinkriegen und der Kunde dann auch wirklich das bekommt, was er gerne haben möchte. Die Domlager sind dann natürlich glücklicherweise Freitag, Vormittag gekommen, aber wie gesagt, Auto war dann schon weg. Das ist auch nicht unbedingt das Problem. Die Sache ist, die Fahrwerke, es ist jetzt egal, ob das KW, H&R oder sonst irgendwas sind, es wird zwar immer gesagt, die Federn sind vorgesetzt, gestaubt, die Autos setzen sich nicht mehr. Das ist ehrlich gesagt alles ein bisschen Quatsch. Das erste ist, aus Erfahrung, was wir jetzt mit H&R, Bildstein, KW und auch ST gemacht haben, die Fahrwerke setzen sich alle im Durchschnitt so nach ein bis zwei Monaten nochmal um ein bis anderthalb Zentimeter. Deswegen war auch die Tieferlegung jetzt nicht unbedingt so schlimm an dem Fahrzeug, wird wie gesagt sowieso noch runtergehen. Das nächste ist, nicht nur die Federn setzen sich, auch die Stoßdämpferkomponenten, sprich die ganzen Reibringen, die drin sind, arbeiten sich dann erstmal in das Gehäuse, wo sie drin arbeiten, ein. Dann gibt es so einen gewissen Arbeitsbereich, wo dann der, sag ich jetzt mal 99 Prozent des Arbeitswegs der Stoßdämpfer sind, beziehungsweise der Ventile und Dichtung. Und das arbeitet sich, wie gesagt, auch noch ein und man merkt dann auch, haben wir auch bei unserem Auto gemerkt, werden wir jetzt auch bei unserem neuen V3 dann merken, nach einer gewissen Zeit wird das, wird das Auto im Ganzen weicher. Aber du hast auch den Vorteil, beziehungsweise wenn der Stoßdämpfer eingearbeitet ist, wird auch das Ansprechverhalten noch nochmal feiner und kratziler, weil dieses Losbrechmoment des Stoßdämpfers etwas geringer wird. Da dann alle Teile aufeinander eingearbeitet sind. Die Ventile arbeiten dann ordentlich, die Reib- und Dichtringe haben sich dann ein bisschen angepasst. Und dementsprechend haben wir jetzt mit Chris auch gesprochen, er kommt wie gesagt in einem guten Monat oder drei Wochen nochmal her. Dann ist das Fahrwerk halbwegs eingefahren, dann hat sich das Fahrwerk gesetzt. Den Zentimeter, den sich das Auto setzt, merken wir auch direkt an den Achswerten. Also es stimmt dann auch Spur und so weiter und so fort nicht mehr hundertprozentig, wie wir das gerne haben möchten. Und ja, gucken wir uns an, gibt dann sowieso nochmal ein extra Video dazu. Egal. Schauen wir jetzt mal, wie gesagt, die Woche, unser A4 steht drin. Gibt es auch gleich nochmal ein ordentliches Video drüber. Wir waren ja auch mit den Achswerten auf der Vorderachse nicht ganz zufrieden. So, Achswerte von unserem A4. Vorderachse war nicht so prall, da gibt es jetzt aber gleich nochmal ein ordentliches Video drüber. Wir hatten ja die oberen Querlenker jetzt noch auf Uniball umgebaut und erschreckenderweise sind da wirklich Werte rausgekommen, mit denen selbst ich nicht gerechnet hätte. Gibt aber wie gesagt gleich noch ein spezielles Video drüber. Dann soll heute, hoffentlich, warte ich schon, freue ich mich drauf, da neue Turbola für unseren A4 kommen. Wir haben da, ja, in den letzten Jahren ein bisschen rumprobiert. Wir haben jetzt auch ein kleines Problem mit unserem Turbola, wie gesagt, andere Geschichte. Gibt es nachher noch ein Video. Dann kommt die Woche noch zwei A4 B8 zu uns. Der eine hat ein kleines Kupplungsproblem mit wandernden Druckpunkten in der Kupplung, obwohl eine neue Kupplung drin ist. Das müssen wir uns mal angucken. Haben jetzt andere Werkstätten nicht finden können, beziehungsweise ist ein bisschen kritisch. Werden wir sehen, ob wir da ein Video drüber machen, schauen wir mal. Und dann kommt noch ein Kunde von uns, können wir da mal einblenden. Der kriegt halt seine Sommerräder wieder drauf. Lenken, knarzt, was quietscht, was müssen wir nochmal nachgucken. Ein kleiner Service, Frühlingscheck, gut ist. Am Donnerstag geht er nochmal zur HUAU. Und wenn die Geschichten durch sind, Donnerstag bis Freitag, da können wir jetzt mal ganz kurz zeigen, werden wir uns dann nochmal um den Kollegen hier kümmern. Den 1640M3-Kompressor gibt es definitiv auch nochmal was Schönes drüber zu sehen. Das sind wir momentan auch an ein paar speziellen Sachen, das ist übertrieben, aber es sind halt hier und da ein paar Sachen, die wir noch optimieren wollen. Das war unsere Wochenvorschau. Wie gesagt, sind ein paar schöne Sachen dabei. Audi-Fahrwerk freue ich mich wirklich drauf, dass wir das hoffentlich wieder hinkriegen, dass es vernünftig fährt. Wie gesagt, wenn es klappt, Turbolader morgen noch. Und dann hätten wir zwei, drei Sachen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Wir sehen uns dann gleich wieder. Vielen Dank.